Hey Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu There's Poop in my soup. Ich hab wieder mal keine Ahnung, was ich spiele, übrigens. Hab ich einen Arsch im Gesicht? Mein Kopf ist einfach ein Hintern. Ihr seht schon, wir haben hier diesen coolen Lichtkegel, den ich steuern kann. Und das Männchen tänzelt dann lustig hin und her, während wir das machen. Mit, mit, wie, wie, wie geht das Spiel? Ich glaube mit, mit F. Was tue ich da? Und warum? Flair-Taste? Oh Gott. Der ist gestorben. Der ist einfach gegen den Baum geraten und der ist gestorben. Oh, okay. Jetzt haben wir Musik. Können wir in den Mülleimer kacken vielleicht? Oh Gott. Was geht ab? Nein, ich habe daneben gekackt. Okay, pass auf. Aufs Eis. Entschuldige. Sie ist einfach auch gestorben. Okay, pass auf. Eigentlich wollte ich dann Eis treffen, aber... Könnt ihr aufhören, bitte? Ach, wir haben eine To-Do-Liste. Okay. Poop in the, in the soup. Recycle your poop. Achso, wahrscheinlich Mülleimer, ne? Ice Cream. Ach, achso, okay. Wir haben dem, wir haben dem Ice Cream Typen auf den... Ei, ei, ei. Wir haben dem Ice Cream Typen auf den Kopf gekackt. Okay, was müssen wir noch mal? Hit Cans. Die hier, oder was? Vielleicht. Mann, jetzt fahren wir doch nicht in die... Kann ich nicht einfach die ganze Zeit... Okay. Ich will dem Jungen unbedingt aufs Eis kacken. Bitte. Warte mal, den Kopf hoch, bitte. Los, los, los. Das ist... Mann. Okay. Kann ich in den Kinderwagen vielleicht rein? Ach Gott. Ja, genau. Feed the Baby. Natürlich. Okay, pass auf. Wir treffen mal ein paar Köpfe. Okay. Ah, ah. Okay. Okay, wir können... Wir können 25 Mal... Sehe ich gerade hier oben. Wir können 25 Mal... Unser Geschäft... Das Spiel... Macht schon wieder unfassbar viel Sinn. Ich will... Ich will den Taxifahrer treffen. Neues Ziel. Aber vorher will ich ihn... Nein, vorher will ich ihm... Eisjungen ins Eis kacken, bitte. Okay, er guckt gerade wie hoch. Los, los, los. Das gibt es nicht. Ha, das hat sogar... So, einmal fürs Kind noch. Oh Gott, die Musik wird ja lauter, je öfter wir treffen. Wie habe ich das denn jetzt nicht getroffen? Ha! Oh Gott! Na, hallo, hör doch auf, Junge. Nein, das kannst du nicht bringen. Okay, reicht. Okay, pass auf. Wir benutzen jetzt mal eine von diesen Bomben, wo hier gerade so viel los ist. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, rastet halt nicht so... Was passiert hier? Was spiele ich denn schon wieder? Okay. Leute. Was ist denn das, Finch? Oh, das hat sich beruhigt. 126.119 Punkte. Oh, okay. Äh, Bounce to Taxi haben wir dann also jetzt wohl irgendwie erledigt, anscheinend. Okay, nachdem ich jetzt keine Ahnung habe, wie das geht, bin ich jetzt einfach zum nächsten Level gegangen, was ich irgendwie auch gerade schon mal freigeschaltet habe. Okay, da ist die altbekannte Schüssel. Super, okay, damit haben wir schon mal einen Punkt abgehakt. Okay, pass auf, hier haben wir noch einen... Warum rasten wir jetzt schon so aus? Ich hatte einen Score von 90. Ich wollte da jetzt nicht unbedingt eine Party draus machen, aber... Oh, ich sehe gerade, wir haben schon... Wir haben gerade schon wieder ein paar von diesen Bomben. Was war das gerade? Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Okay, dann gehen wir noch mal nach Paris. Joa, warum nicht, ne? Erstmal dem arroganten Hund hier vielleicht. Das geht einfach. Das geht einfach wirklich. Was gibt es denn hier überhaupt zu tun, so? Hatchpoo. Heißt in die Hecke, oder? Joa, Monsieur Baguette. Also entweder müssen wir den Koch treffen, oder hier laufen wir mit dem Baguette rum. Ja, das hat gut funktioniert. Ich merke schon. Hallo, Koch oder Baguette-Typ. Vielleicht. Joa, und da waren die Musik dann auch alle. Da ist der Baguette-Typ. Komm schon. Das haben wir. Ach, Madame Baguette gibt es auch noch. Okay. Ist die Fahrraddruse Madame Baguette vielleicht? Okay, wir haben auf jeden Fall, ja, das war auf jeden Fall richtig. Lobster Pumi da. Da kann ich mir nur den Typen darunter vorstellen. Ratapui. Natürlich. Schade, ich wollte gerade einen epischen Trickshot hinlegen, indem ich von der Hecke auf den Hund... Oh, ey, was ist... Ja, war doch... war doch gut. Oh. Oh Gott, ich will gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, was ich mir unter dem Bild vorstellen soll, was wir hier gerade... Ich probier's einfach aus. Och, du Scheiße. Das warappropriate überreâu... Das war ein historicer buscando, oder Ich wir sie mir dann auch in diesem Gift tunes, wissen wirtransaurais-Talk. Yeah. Und ein berüh appears. Also, das war erно. Das war wie vor. Also, jetzt machen wir das wieder unter音stecken. Ich daceks, und wir verwerfen. Dann machen wir etwa zwei prost. einfach mach. Da vers 막 mit uns ähiel Mann. Sie gonnanuts. Inson Chenin, wenn du? Add tuv 하 Nic, zu schauen. Also wenn ich Ihnen eins empfehlen darf, dann ist es ein äh... Einen guten Arzt vielleicht aufzusuchen bei den Massen, die Sie hier gerade äh... Ne? Ja, also das ist doch ein ganz menschlicher Rekord so. Also ich finde ihn jetzt nicht. Was habe ich denn hier? Was spiele ich schon wieder? Okay, wir haben anscheinend auch... Muss ich da jetzt nur noch dreimal in den Kaffee irgendwie? Nein? Ja, ach komm. Weil ich ein... Ne, reicht dann auch. Ich finde wir haben uns ganz gut geschlagen dafür, dass dieses Spiel so super ist und ich... Es tut mir leid. Tschüss. Das ist... Vielen Dank.